Das Forsterbräu im Zentrum von Meran. Die Brauerei Forst sorgt wieder für eine Überraschung auf internationaler Ebene. Für das Wine Festival hat die Brauerei Forst eigens ein Bier gebraut, das sich Flüssigbrot nennt. Dieses besondere Bier wurde von den Pressevertretern unter der fachkundigen Anleitung des technologischen Direktors der Spezialbierbrauerei Forst, Christian Pircher, und in Anwesenheit des Forstbotschafters Antonio Cesaro verkostet. Dank der Zusammenarbeit mit Puni, der ersten und einzigen Whisky-Distillerie Italiens, hat die Spezialbierbrauerei Forst ein einzigartiges Bier gebraut, das den Namen Flüssigbrot trägt. Der Name des Produkts leitet sich von den Getreidesorten ab, die dafür verwendet wurden. Roggen, Gerste und Mais. Wir durften heuer bereits zum dritten Mal ein besonderes Produkt für das Wine Festival herstellen. Im ersten Jahr war es das Obama Bier, im zweiten Jahr das Lagrein Bier und heuer nennt sich das Produkt Flüssigbrot. Das Besondere dieses Produktes entsteht darin, weil wir mit diesem Produkt zwei Verbindungen herstellen. Einmal die Verbindung zu Wein, passend für das Wine Festival, die zweite Verbindung zu Brot. Wein, weil wir dieses Produkt in einem Marsala-Fass vergären durften. Brot, weil wir bei der Produktion dieses Produktes mit unserem kleinen Pilotsudwerk im Sudhaus 50% Roggenmalz einsetzen durften. Die Verbindung zu Wein ist natürlich passend zum Wine Festival, die Verbindung zu Brot deswegen, weil beide Produkte zu 100% natürlich hergestellt werden, weil diesen zwei Produkte gewissermaßen die Menschheit ernähren und weil beide Produkte für eine gewisse Bodenständigkeit stehen. Bei der Produktion dieses Bieres durften wir mit unserem kleinen Pilotsudwerk im Sudhaus einen eigenen Sud herstellen. Unter Verwendung, wie gesagt, von 50% Trockenmalz durften wir diesen Sud später in einem Fass vergären, in einem Holzfass vergären, wo zuerst Marsala enthalten war, später Whisky von der Destillerie Puni im Finchgau. Wir durften dieses Produkt dann mit einem Jungbier der Brauerei Forst unter Verwendung von unserer Reinzuchthefe nachvergären, und zwar in einer zweiten Nachgärung in der Flasche. Die Destillerie Puni verwendet für die Herstellung ihres Whiskys auch Roggen, der zur Gänze aus der Ernte der Finchger Getreidebauern stammt. Eben dieses Roggenmalz wurde der Brauerei Forst zur Verfügung gestellt, wie auch zwei Parikholzfässer, in denen ursprünglich Marsala-Wein gelagert und später der Puni-Whisky gereift wurde. Es wurde ein einzigartiges Produkt erschaffen, das die Verbindung von Tradition und Experimentierfreude darstellt und mit dem die Brauerei Forst seine starke Verbindung zur Heimat und deren Vorzeigeerzeugnissen aufzeigen will. Das von Celina von Mannstein entworfene Etikett im Retro-Look verdeutlicht die Einzigartigkeit dieses Produktes und den Hintergedanken, der die Brauer geleitet hat. Bier ist, genau wie Brot, ein hochwertiges, nähreiches und zu 100% natürliches Produkt. Die auf dem Etikett zu sehenden stilisierten Füchse entstammen einem historischen Kronenbier-Etikett aus den 1960er Jahren. Außerdem wird durch den Schriftzug Limited Edition darauf verwiesen, dass dieses besondere Produkt ausschließlich auf dem Wine Festival zur Verkostung angeboten und deshalb im Handel nicht erhältlich sein wird.